Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO, beziehungsweise haben wir heute das Thema schlechthin für euch. Ich habe es in der letzten Raid am Mittwoch Folge schon mal angesprochen. Da hat der Marcel Dose, Grüße gehen raus, nämlich einen Screenshot geschickt gehabt, den habe ich in die Raid am Mittwoch Folge mit eingebaut. World Wide Lucky Trade. Er schreibt hier auch, wäre ziemlich nice. Alles. Deswegen dreht sich heute alles um dieses Thema. Wie findet ihr das? Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich bin gespannt, denn wir wissen ja alle, tauschen ist sowieso ein Thema für sich. Manche Leute haben das immer noch nicht verstanden. Regulär ist es ja wirklich so, im Umkreis von 100 Metern könnt ihr tauschen. Wenn ihr also tauschen wollt, müsst ihr euch mit einem Kollegen treffen. Der Kollege steht hier, ihr steht da. Dazwischen dürfen bis zu 100 Meter sein. Ihr müsst jetzt nicht so weit euch voneinander entfernt hinstellen. Wenn ihr 10 Meter voneinander entfernt steht oder 1 Meter oder, oh ja, dann könnt ihr auf jeden Fall auch tauschen. Tauschen, wie immer, zack in der Umgebung. Er wählt ein Pokémon, ihr wählt ein Pokémon. Fertig, je nachdem was das für ein Pokémon ist. Ist das ein normales, ist das ein legendäres, ist das ein shiny, ist das ein neuer Eintrag beim anderen. Hat er das schon oder nicht? Gibt es natürlich wieder unterschiedliche Staubkosten und so weiter. Das ist auch jedes Mal ein Mysterium für sich. Denn ich erwische die Leute immer wieder, wie sie in den Streams oder so immer fragen, Hey, kann mir jemand einen Dialga tauschen? Bitte, ich habe noch keins. Und dann kommt ein anderer und sagt, ich habe eins. Komm, wir tauschen. Dann schickt der Erste seinen Trainercode in den Stream. Der Zweite sagt, hab geedit. Geh auf tauschen. Jetzt. Und 5 Sekunden später heißt es, da steht Spieler nicht in Reichweite. oder Spieler außerhalb der Reichweite oder Spieler zu weit entfernen oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich tausche, steht das ja nicht da, weil ich tausche immer mit den Leuten. Vor Ort. Auf jeden Fall erwische ich die Leute immer wieder dabei, wie sie halt einfach denken, komm, wir tauschen und fertig. Erstens, sie beachten nicht die Tauschentfernung, dass das eben 100 Meter sind. Jetzt gerade im Event, beziehungsweise beim letzten Event wurde es auf 40 Kilometer erhöht. Das ist im nächsten Event auch so geblieben, 40 Kilometer. Auch am Kando-Tag, in der Kando-Woche irgendwas hin und her wird das auch so sein, beziehungsweise bis Ende März hieß es ja, bleibt die 40 Kilometer Tauschdistanz. Deswegen könnt ihr trotzdem nicht im Chat einfach sagen, ich möchte das tauschen und denken, dass das geht. 40 Kilometer ist für die einen viel und für die anderen eben nichts. Wenn der eine in Berlin wohnt und der andere wohnt halt in Köln, dann sind das über 40 Kilometer und ihr könnt trotzdem nicht tauschen. Und dann, was die Leute auch nicht berücksichtigen, ist einfach die Kosten, die Staubkosten. Die sagen immer, sie wollen ein legendäres Pokémon, was sie noch nicht haben. Hier ist mein Trainer-Code, kann mir das einer geben. Die Leute bedenken nicht, das kostet eine Million Staub. Wenn ihr euch neu mit jemandem befreundet und ein legendäres Pokémon oder ein Shiny-Pokémon haben wollt, was ihr noch nicht registriert habt, das kostet eine Million Staub. Wenn ihr auf Stufe 2 levelt, kostet es immer noch 800.000. Auf Stufe 3 kostet es 80.000 und auf Stufe 4 kostet es 40.000. Wenn es ein neuer Eintrag ist, soviel dazu. Ihr wisst, wenn ihr den Eintrag habt, sind das andere Kosten, dann sind es 20.000, 16.000, 1600 und 800 bei einem Spezialtausch. Also glücklicherweise, wenn man das hat, der andere hat das hin und her, kostet es eigentlich nur 100. Egal, wie man jetzt befreundet ist, wenn das also eine normale Sache ist, kein Spezialtausch. Jetzt gibt es dadurch natürlich immer wieder Probleme, denn wie macht ihr das mit euren besten Freunden? Ich habe das Problem öfters. Ich freunde mich mit Leuten an, wir leveln, wir leveln, wir leveln, dann sind wir beste Freunde und ich lösche die Leute dann. Machen andere Leute ja auch so, die nehmen die Freunde eigentlich nur an, um durchzuleveln, die Erfahrungspunkte mitzunehmen und dann löschen die sich wieder. Viele sind damit auch vollkommen zufrieden, finden das okay, die sagen, okay, wir trennen uns. Es hat 90 Tage gedauert, diese Freundschaft aufzubauen und man kann dann 90 Tage warten, um diese Freundschaft wieder abzureißen. Nach 90 Tagen ist man wieder bei Null. Man könnte sich dann neu verbinden und neu leveln. Wenn man innerhalb der 90 Tage sich aber nochmal verbindet, ist der Status als bester Freund immer noch da. Was man sich jetzt gerade zu Nutzen macht, wenn diese erhöhten Glücksfreunde da sind, man nimmt einfach den und den an, den man vor einem Monat gelöscht hat, einfach, um mit dem schnell Glücksfreund zu werden und so weiter. Jetzt ist aber das Problem wirklich, ich sortiere beste Freunde also immer aus, wenn ich keinen Bezug zu den Leuten habe, wenn ich nicht weiß, woher die Leute sind, wer sich hinter dem Profil verbirgt, welcher Name dahinter steckt. Wenn ich da jetzt Trompetenkäfer 0815 habe, dann level ich mit dem und sobald wir beste Freunde sind, werfe ich den raus. Habe ich jetzt zum Beispiel Schnitzelmann. Schnitzelmann ist relativ frisch in meiner Liste gewesen. Schnitzelmann levelt jeden Tag gemütlich mit mir. Schnitzelmann schreibt mir oft auch bei Telegram, schickt mir Bilder für Raider Mittwoch, kommt auch hier aus der Umgebung sozusagen. Gerade bei der Raidmania ist Schnitzelmann auch ein wertvoller Teilnehmer, da er für die Raidmania auch öfters einlädt. In der kurzen Zeit, wo er dabei ist, hat er sich viele Punkte geholt, ist weit aufgestiegen. Ein Schnitzelmann wäre jemand, den ich als bei Best Friends nicht löschen würde, sondern behalten würde. Denn wenn man dann mit demjenigen Lucky wird, Glücksfreund, man weiß ja, wo man ihn erreicht, er weiß, wo er mich erreicht, wir haben Kontakt, er ist nützlich in der Liste, also mit so jemandem lohnt es sich ja auch auf Glücksfreunde zu gehen, um einen Glückstausch zu machen. Es lohnt sich nicht, mit irgendeinem fremden Unbekannten bei besten Freunde einfach weiterzumachen, Glücksfreund zu werden und dann wochenlang sehen, dass nichts passiert, bis man ihn irgendwann nicht als besten Freund löscht, sondern als Glücksfreund löscht. Denn Glücksfreunde zu löschen ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Das ganze Problem gäbe es aber nicht, gäbe es Worldwide Lucky Trades. Warum kommt da keiner drauf? Wieso gibt es das nicht? Das wäre doch so genial. Niantic sagt selber, tauscht mit euren Freunden, tauscht mit Leuten weltweit, vernetzt euch hin und her, schickt euch, also schickt euch Geschenke, addet Leute aus Amerika, schickt denen Geschenke, die schicken euch Geschenke. Ihr könnt da über die Eier besondere Pokémon bekommen. Ihr habt Pokémon mit weit entfernten Orten, die beim Tauschen natürlich dann auch wieder viele Kilometer geben, hin und her. Wenn ihr wirklich mit so einem levelt, bis beste Freunde, das geht ja wunderbar. Aber sobald ihr Glücksfreunde werdet mit jemandem, habt ihr ein Problem. Der ist einfach viel zu weit weg. Warum kann man das nicht als Belohnung einführen? Wirklich, wenn ihr jemanden habt, mit dem ihr beste Freunde gemacht habt, mit dem ihr Glücksfreunde werdet, dass die Distanz komplett egal ist, weil ihr Glücksfreunde seid. Und das soll ein besonderes Dankeschön auch an euch sein und an eure, wie ihr da mitgemacht habt, an eure Aktivität. Dass man einfach sagt, es gibt eine Worldwide Lucky Trade. Sobald ich also mit jemandem Glücksfreund bin, kann ich dem eine Tauschanfrage schicken. Auch wenn der 20.000 Kilometer weg wohnt, kriegt er die Anfrage, kann die annehmen und wir können einfach tauschen, unabhängig von der Distanz. Wäre das damals gewesen, würde es das im Spiel geben. Ich hätte es schon öfters nutzen müssen, da es es nicht gab, musste ich Glücksfreunde wegschmeißen. Einfach auch, weil ich keine Ahnung hatte, wer die sind. Selbst wenn du keine Ahnung hast, wer die sind, aber siehst, der ist gerade online und du kannst ihm eine Tauschanfrage schicken und er kann die annehmen und du wühlst dir da irgendwas raus und der wühlt sich irgendwas raus. Man wird sich sicherlich einig nach einer Zeit, man kann sich nicht direkt absprechen, aber haut euch jetzt irgendwas hin, du haust ihm irgendwas hin, ihr werdet sicherlich irgendwas finden, was für beide passt. Aber ihr habt wenigstens die Möglichkeit zu tauschen, auch auf diese Entfernung, sodass es sich lohnt, mit Best Friends weiter zusammen zu bleiben und die auch zu Glücksfreunden zu leveln. Jeder kommende Mann sagt, ey Ramses, ich habe dir Anfrage geschickt, können wir bitte bis Glücksfreunde leveln? Meistens ist es, diese Leute sind 10 Tage aktiv und dann hörst du nie wieder was von denen und dann fliegen die halt raus. Oder sie leveln wirklich bis Best Friends 90 Tage durch, aber in der Zwischenzeit hast du die nie wieder gesehen, weder im Stream noch irgendwo anders hin und her, dann wirfst du die raus. Weil immer wenn ich die Leute dann nicht rausgeworfen habe, habe ich zwei, drei Wochen später dann den Glücksfreund bekommen dazu und dann saß ich da. Die Leute sehen, das ist der Kanal, das ist der Ramses, da sind seine Social Media Links, da kannst du ihn erreichen, da ist gerade ein Stream, da kannst du ihm schreiben, aber es kommt keiner auf mich zu, obwohl die sehen, wir sind Glücksfreunde. Und ich selber, ich sitze da, alle sehen mich, ich weiß nicht, wer alles guckt und wer alles da ist und ich kann niemanden erreichen, sozusagen. Ich kann den Leuten nicht hinterherlaufen, die Leute müssten dann auf mich zukommen. Und das gleiche habe ich jetzt auch mit einem Kollegen, der hatte bei einer Verlosung Shiny Pikachu mit einem Hut gewonnen, jetzt haben wir bis Stufe 3 gelevelt, jetzt sind wir Stufe 3 und seitdem tote Hose. Ich dachte wenigstens, sobald Stufe 3 erreicht ist, weil wir bei Stufe 3 tauschen wollten, dass es nur 80.000 kostet, meldet er sich für den Trade, was macht er nichts. Und ich kann ihn nicht erreichen. Wir haben uns da verbunden, sonst was hin und her, warum nimmt so eine Person nicht einfach mal den Kontakt auf und sagt, ey Ramses, wir sind jetzt Stufe 3, können wir jetzt tauschen. Kein Problem, können wir natürlich machen. Geht natürlich nicht, wenn derjenige, ah bei Stufe 3 wollten wir tauschen, ich warte mal, vielleicht meldet sich der Ramses ja irgendwann mal bei mir. Leute, ihr wartet auf eine Person und ich warte auf 6.000 Personen momentan. Helft mir bitte, kommt mir entgegen. Und gerade dieses Thema Worldwide Lucky Trade, finde ich, wäre einfach eine der besten, genialsten, heftigsten Sachen. Die Leute müssen immer warten, bis die Tauschdistanz mal erhöht ist oder müssen extra in irgendwelche Städte fahren und sich da treffen in der Corona Zeit. Nur um den Lucky Trade zu machen, was hinfällig wäre, wenn man mit Glücksfreunden einfach wirklich rund um die Welt tauschen könnte. Was wäre so schlimm daran? Niantic hat doch keinen Nachteil dadurch. Andere Leute haben keinen Nachteil dadurch. Normales Tauschen ist normales Tauschen. Aber wenn man schon wirklich Glücksfreund ist und den Glückstausch dann nicht machen kann, das ist halt einfach dumm, 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 dumm. Aber weltweite Glückstrades wären, meiner Meinung nach, einfach ein heftiges Feature, was wir unbedingt brauchen. Ihr könnt eure Meinung jetzt dazu natürlich mal reinschreiben. Werd ihr auch dafür, sowas einzuführen? Was habt ihr noch für Ideen, die unbedingt ins Spiel eingebaut werden müssen? Was man unbedingt bräuchte? Und wie handelt ihr das, wenn ihr Best Friends werdet mit jemandem? Löscht ihr die Leute immer? Löscht ihr die Leute, die ihr nicht kennt? Löscht ihr gar niemanden, weil ihr ja unbedingt Lucky Friends werden wollt, auch wenn ihr die Leute nicht kennt. Denn so oft in den Gruppen sehe ich, dass Leute dann einen Screenshot machen, die haben da drei Lucky Friends und sagen, kennt den jemand oder den oder kennt den jemand? Und dann weiß ich schon, gut, sie waren beste Freunde, sie hatten keinen Schimmer, wer das ist, aber sie haben trotzdem mit den Leuten weitergelevelt. Warum? Wenn sie ja nicht wissen, wer das ist und jetzt dastehen und im Prinzip nichts machen können, aber selbst wenn sie dann wüssten, wer das ist, könnten sie den Glückstausch wahrscheinlich nicht mal machen wegen der Entfernung. Und das ist eigentlich sehr traurig, dass es das Feature gibt mit dem Glückstausch, wenn man es dann gar nicht nutzen kann. Deswegen, wie macht ihr das? Lasst ihr alle besten Freunde drin? Sortiert ihr immer direkt bei beste Freunde aus? Braucht ihr gar keine Glücksfreunde, weil ihr sowieso nicht tauschen könnt, wenn ihr Glücksfreunde werdet? oder lasst ihr bestimmte Leute drin? Welches Kriterium muss ein Best Friend für euch erfüllen, dass der in eurer Liste bleibt, damit ihr mit dem auf Lucky geht? Schreibt das mal rein. Eigentlich müssten die Antworten eindeutig sein. Auch, ob ihr das gut findet mit dem World Wide Lucky Trade, müsste auch eindeutig sein. Also wer sagt, nö, finde ich Quatsch. Ich will das lieber so wie jetzt ist. Alles eindeutiges Video, auf jeden Fall eindeutige Meinung, aber trotzdem wollten wir das mal machen, den Hauptaugenmerk nochmal auf dieses Feature lenken. und vielleicht tut sich ja was und es wird irgendwann sowas geben. Das war es jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.